Wir sollten ab jetzt jeden Schritt, den du mir sagst, mit Bedarf holen. Nooo! Jungen! Gut, Leute. Hab ich drauf. Kriegen wir hin. Also, machen wir, Leute. Machen wir. Bauen wir uns jetzt eine geile Blume, die Zauberkram macht. So ein Ding. So. Mana-Spreader. Guck mal hier. Der schießt jetzt genau da drauf. Ihr seht das, Leute. Guck mal hier. Da. Ihr seht das. So, und jetzt brauche ich einen Eimer. Wir brauchen erstmal diese Daisy. Wir brauchen die Daisy. Wir brauchen diese Daisy. Das ist diese hier. Pure Daisy. Ne, gar nicht. Wir brauchen gar nicht die Pure Daisy, sondern wir brauchen die. Lass mich nicht lügen. Die Daybloom. Daybloom brauchen wir. Daybloom. Daybloom, Leute. Die gönnen wir uns jetzt. Daybloom, Alter. Uh, jaja. Daybloom. Day, äh. Daylight? Ne. Day. Sch**te. Botania. Leute, wie heißt die? Dayflower? Die gibt's nicht. Ja, und was mach ich jetzt? Wenn es die nicht gibt? Gibt keine Daybloom hier, Leute. Daybloom. Gibt's nicht. Und jetzt? Was mach ich jetzt? Soll ich mich jetzt einfach umbringen? In dem Botania-Buch. Ja, ja. Das hab ich hier, äh. Mana Manipulation Generating Flora. Ach, das ist die Endo-Flame. Die brauchen wir. Ah, ja. Will absorb any combustible items and block nearby the... Burn through them to generate a mana while the fuel lasts. Okay, also machen wir erst mal die Ender... Wie ist die Ender jetzt? Die Ender-Blume? Äh, Enderman-Crop? Ne, warte mal. Ich find den... Ich find's heraus. Es ist die geile und einzigartige... Ich hab's vergessen. Ich muss nochmal... Meine. Endo-Flame. Die Endo-Flame, Leute. Die Endo-Flame ist es doch natürlich. Und dazu brauchen wir Brown-Pedal, Red-Pedal und Light-Grey-Pedal. Dann gucken wir mal in so einer Flower-Sack hier. Brown haben wir hier. Red und Light-Grey. Und dann brauchen wir einen Eimer für unseren Mana, für unseren Pedestrial-Stand da hinten. Und dann produzieren wir die erste Mana, Leute. Und dann nehmen wir die Endo-Flame und packen die daneben. Dann müssen wir mit der Endo-Flame nämlich arbeiten. Und zwar ist die Endo-Flame ein ganz, ganz verschmitzter Bruder. Die, ähm, Real-Talk, ich hab keine Ahnung, was ich hier grad mache, Alter. Ich bin honest mit euch, so. Ich krieg's schon hin, ich krieg's schon hin. Alles gut. Die Endo-Flame brauchte zwei davon. Eins, zwei. Den hier und den hier. So, dann komm, gib hau her, die Blume. Ja, wieso kommt die denn nicht? Ich will die Blume haben. Ach, ein Seed brauch ich noch. Lull. Vergesse ich immer wieder. Wo ist Terramax? Terramax kommt gleich, Leute. Okay, Leute. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Achtung. Boom. A Child. Geil. So, und jetzt bin ich mir sicher, dass wenn ich die jetzt daneben stelle und dann... Die Endo-Flame. Äh, burn through the amount of time it takes to burn through the items of the heart of the time of furthest wood. Okay, es braucht Kohle. Ah ja, mit Kohle. Seht ihr mal. Ah ja, okay. Alles consumable. Warte mal. Consumable hieße auch Holz. Müsste ja funktionieren, oder? Das funktioniert nicht. Ich halte das Maul einfach. Richtig. Nehmen wir Kohle, Leute. Ist okay. Nehmen wir die Kohle. Ist vollkommen fein. Gucken wir mal, wie viele Enderperlen wir eigentlich haben. Just go. Oh, 3000 Enderperlen. Ja, moin. Das, ähm... Max wollte Enderperlen. Jetzt haben wir Enderperlen. So viel dazu. Kohle war es jetzt. Ah, da. Da. Der Mahnerpool füllt sich, Leute. Der Mahnerpool füllt sich. Guck da. Der Mahnerpool füllt sich. Geil. Hallo? Ist es klappt? Hallo? Der Mahnerpool füllt sich. Trimax, der Mahnerpool füllt sich. Hörst du? Was? Normal. Was kann der? Ja, Zauberei und Hexerei. Bing, bong. Sehr, 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 sehr gut. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Nein, ich mache meine Zaubergeschichte. Ich bin ein Zauberrevy, Alter. Der Besondere. Max, hau raus. Was kann ich für dich tun? Wir brauchen Nethersterne. Viele davon. Geht das? Digga, für Nethersterne müsste ich... Boah. Soll ich mal gucken, ob ich dafür ein Chicken bekomme? Nethersterne-Chicken? Das gibt es doch gar nicht. Wenn du wüsstest, Alter. Nee, das glaube ich, das gibt es nicht. Glasschicken, Netherquartchicken, Lavachicken, Koboldchicken, Netherwartchicken, Glowstonechicken, Enderpultchicken. Netherstar, Netherstar. Das schaffst du nicht. Das gibt es, glaube ich, nur, wenn man den Drachen besiegt, oder? Nee, Wither. Meine ich ja. Soll ich auch gleich hinaus? Drache, Wither. Das nimmt sich nicht viel. Das ist einfach Endgegner. Nee, also tatsächlich kann ich die nicht herstellen. Wir müssen eine Wither-Farm machen. Das klingt ja... Wie viele Netherstars brauchst du denn? Ähm, 48, glaube ich, waren das ausgerechnet. 48? Für was denn? Äh... Wie, für was denn? Ja, für was denn? Für diverse... Nee, 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 erzähl es mir. Erzähl es mir. Wofür brauchst du... Ich muss ja, dass wir die noch mal sehen. Ich habe es extra aufgeschrieben. Ich brauche 48 Netherstars von Revi. Habe ich hier auf meinem Notizzettel. Hast du dir echt was aufgeschrieben? Richtig süß so? Ja, klar. Voll niedlich, Alter. Und natürlich brauchst du die von mir, von keinem anderen, ne? Ja, ich habe letztes Mal... Ich sehe jetzt überhaupt unbedingt eine Enderperle. Am Anfang hattest du nur eine. Auf einmal haben wir 500 Stück. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Auftrag. So funktioniert das. Ja, aber warum machst du sowas nicht selber? Das ist ja Kopfschmerzen. Genau, wie auch den Strom. Ey, hallo. Komm ab, Mr. Craner. Run auf meine Insel, Junge. Wir zaubern hier. Asozialer. Kommt einfach auf meine Insel gelaufen. Wahnsinn. Das gibt eine Anzahl hier. Ja, sozial. Okay, Max. Äh, produzier mir... Ich mache erst mal ein Intro. Solider, maskuliner Schrei. Stark. Und gar nicht irgendwie soft. Oh, Mann, Alter. Ich bot. Oh, ich habe gehickst. Das tut mir leid. Ich habe gehickst. Das tut mir leid. Das ist ein dummer Anfang, Alter. Wahnsinn. Extrem dumm von mir. Ich versuche jetzt mal, den Äther zu öffnen, Max. Warte mal. Wenn das funktioniert, dann haben wir es einfacher mit dem Wizard. Wow. Ja, natürlich müssen wir den Wizard tun. Das haben wir schon mal gemacht. Das ist... Schwer. Ich muss drei Will-The-Skeletons töten. Max, ja. Das haben wir schon mal gemacht zusammen in Minecraft. Du Lost-Kopf. Aber größer. 5x5. Nein, ist falsch, Leute. Es klappt nicht. Es gibt keinen. Es gibt keinen. Äther. Äther ist aus. Kannst du aufhören, dass immer eins zu droppen, du Sch***-Bott? Wie geht denn das mehrfach? Gedrückt nicht. Kannst du pass auf, Max? Weißt du, was du jetzt machst? Max. Ja? Du erstellst mir hier vorne jetzt Mycelium. Das hier. Hier unter dem Block. Ist ganz einfach zu machen. Brauche ich ganz viele von. Das schaffe ich. Okay, okay, okay. Ich mache eine Intro und dann fangen wir an, ja? Monitor Timex hier. Wir zocken wieder Sky Factory 3. Diesmal nur mit Revi. Romatras raus. Zum Glück, aber den haben wir gekündigt, ne? Den haben Romana gekündigt. Achso, den haben wir gekündigt. Ich habe euch gar nicht erzählt, Romatras raus für immer. Ich bin richtig, guck mal her, Revi. Ich zeige dir, was ich alles gemacht habe noch, als du weg warst. Komm mal her. Komm, 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 komm. Ich zeige es dir mal, damit du auch mal wieder auf dem neuesten Stand bist. Warum sind hier Kogos-Pflanzen? Ja. Guck mal hier. Ich habe mir, ich habe... Habt ihr den Ender-Rachen getötet? Nee, guck mal, nee. Ich erzähle dir jetzt, was ich gemacht habe, okay? Hier habe ich automatische Lava-Sachen gemacht. Dann kam der Redstone raus. Dann habe ich Endstone rausbekommen, habe das Endstone hier reingepackt. Dann wurde Endstone automatisch einmal gehämmert zu Crushed Endstone und gerieben. Oh, guck mal, wusste du, Max, guck mal hier, guck mal. Wenn du die rechts klickst hier mit Essen, dann ist es schneller, ja. Ja, die wusste ich immer. So, und dann haben wir hier Draconium Dust bekommen. Ja. Und Chorus-Früchte. Und Chorus-Früchte musste ich irgendwas mitmachen und keine Ahnung und Seeds. Und dann habe ich hier hinten meine erste Culture, Agriculture? Ja, ja. Draconium Seeds, ja. Und hier hinten kommt, guck an. Draconium England, ist geil. Ja, wofür brauchen wir das? Für Draconic Evolution. Oder was für den Mod, ne? Genau, Draconic Evolution, das ist das Ziel. Und dafür brauchen wir jetzt ganz, ganz dringend netter Sterne. Viele netter Sterne. Wofür brauchst du das denn? Automatische Maschine. Super viele Sachen. Super viele Sachen. Für was denn? Late Game. Sag es mir. Für alles. Draconic Bow. Draconic Hole. Draconic Pickaxe. Draconic Fusion Crafting Injector. Draconic Flux Capacitor. Wofür brauchst du das jetzt gerade? Draconic Wifan Extreme. Draconic Solar Panel Extreme. Extreme. Awaken Draconic... Call? Draconic Energy Call. Wofür brauchst du das? Das ist Late Game. Wow, das ist total stark. Du weißt nicht, was es ist, oder? Draconic Energy Call zum Beispiel weiß ich sofort. Was macht das? Das ist zum Beispiel was ganz krasses. Was stellt so viele Fragen? Ich habe sogar schon eine Draconic Evolution Information Table. Da steht alles drauf. Ich kann dir sogar für deinen Scheiß Atomkraft weg, weil das richtig zackt. Kann ich dir einen Draconic Reactor Call machen, damit das auch mal löpft. Super. Du siehst du mich, wie ich da reingucke? Draconic Evolution. Wifan Tools. Nee, das ist stumpf. Du kannst dich doch jetzt nicht runterhauen. Gib mir ein paar Blöcke. Ja. Das darf nicht despawnen. Da ist meine Draconic Anleitung dabei. Das ist Sand. Das ist Sand. Geil, Junge, geil. Geil, geil. War wieder richtiger Mindmax-Moment. Geil. F***, Junge. Das ist Drecks. 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 Scheiß. Kackwasser. Alle sagen, drück Leerzeichen. Alle sagen, drück einfach nur Leerzeichen. Bisschen wieder runtergefallen. Ich drücke Leerzeichen und man fällt immer raus aus dem Wasser. Ich finde das so scheiße. Ja, das auch. Ich stelle das auch hektisch. Wenn ich hektisch bin, dann kann ich nicht mehr so... Ich habe mein Leben nichts anderes gedrückt, außer Leerzeichen. Komm, und hopp. Upsi. Geil, das ist wie so einem Affen zugucken. Also nicht böse gemeint, ne? Nee, ich mache jetzt mit Cilium, Alter. Ich kümmere mich schon drum. Alles gut. Nee, mach das schon mal den nächsten Step. Nein, Dicker. Nein, das ist jetzt schon wieder zu viel für dich. Mit Cilium? Lass mich das jetzt schnell machen, Max. Nein, komm, bitte hör auf zu reden, okay? Lass mich jetzt einfach schnell machen, komm. Okay? Ich habe alles, was ich dafür brauche. Ich mache das jetzt schnell und gut ist, okay? Max, welcher Feiertag ist heute? Tag von Deutschland, weiß man doch. Tag von Deutschland? Wie alt wird Deutschland heute? Heute? 2019, oder? Klar. Max hat deinen Mana-Laser blockiert. Hast du nicht? Ich habe mich nicht angeguckt und ich wollte mit ihm interagieren drücken. Ach, Junge. Ja, guck mal, aber anstatt, dass ich interagiert habe, habe ich irgendwie einen Holzblock gesetzt. Nee, hallo, hör mal auf! Nur hör auf jetzt hier, das ist Zauberei, hohe Kunst hier, du Asozialer. Alter, das geht voll gegen mein Schienenbein. Siehst du das von außen? Bück dich, dann kriegst du es in den Arsch. Andersrum? Perfekt, ich habe einen neuen Bester im Hintergrund. Doch, einfacher als gedacht mit dem MME-System, wenn das nicht immer so buggy sein würde. Es ist nicht buggy, Mann. Och, Mensch, Rewi. Haben wir doch alles schon besprochen. Jetzt brauchen die Strom, ja? Ja. Ach, hast du falsch rumgebaut, das Ding, ne? Ja, schrauben schon. Ja, sag ja. Sag ja, es tut mir leid. Ja, hab ich. Mein Gott. Juckt ja jetzt auch nicht, oder? Ich liebe das, wenn du Fehler machst in Minecraft. Oh, so unnötig, Alter. Ich mache hier wieder alles und du mache hier gar nichts, ey. Ich hasse das, mit dir zu spüren. Wie heißt das Werkzeug? Vrench. Vrench, Vrench. Ich habe den Strom fürs MME-System gekappt. Ich Idiot. Ähm, wo kam der her, Leute? Kannst du mich hören, Rewi? Max, wir haben ein Problem. Holy shit. Hallo, ich habe das MME-System vom Strom getrennt. Also das Kabel ist im MME-System und wir kommen nicht im MME-System rein ohne Kabel? Ja, richtig. Dann lass es nochmal von vorne anfangen. Du hast das Kabel, du hast das Kabel. Ja, ich habe das Kabel. Ich brauche nochmal ein Kabel, nochmal ein Kabel. Hä, nein. Noch mal ein Kabel. Gib her, gib her. Ich bin hier der Elektriker, komm, gib mir das Kabel. So, von da oben jetzt und dann hier unten rechts. Junge, Junge, hast du gerade reingeschissen, Alter, damit. Irgendwelche French-Wünsche? Bitte? Sprichst du? Irgendwie. Ich habe echt das Gefühl, dass du manchmal kein Deutsch sprichst. Ehrlich jetzt, ne? Es ist ja auch Englisch. Kannst du Cobblestone brennen, bitte? Nein. Wir sind hardstuck. Na, Mann. Ich hasse dich, ey. Guck mal, wenn du vorne, hast du ein Laufwerk bei dir im PC? Das verstehe ich nicht. Auf deinem PC. Hat der ein Laufwerk? Ich verstehe es nicht. Hat dein Computer ein Laufwerk? Ja. Gut. Kannst du da eine Salamischeibe reinlegen? Ich wusste, dass so eine Scheiße kommt. Guck mal, dass das hier alles automatisch Cleanstone produziert, ja? Ich guck mal ganz kurz. Molten Clay ist das geworden. Wat? Ne, es soll Stone werden. Ist doch, kommt er da raus, du Lavakasche. Junge, warum sollte es Molten Clay sein? Du bist so gar nicht, du bist gar nicht lustig einfach. Du bist gar nicht lustig, Mann. Du bist ein richtiges Mobbing-Opfer, Junge, bist du. Ich feier das richtig, Junge. Mach jetzt einfach Cleanstone, du Assi. Weil ich glaube, das reicht erstmal, Leute. Also damit können wir genügend Netherrack erstmal machen, glaube ich. Um zumindest schon mal ein paar Wözer zu spawnen. Äh, Wither's Talies und Seeds machen. Dafür brauchen wir Tier-Mob-Five-Chunk. Boah, Leute. Kriegen wir das überhaupt hin? Kriegen wir ein Tier-Five-Seeds zusammengecrafted? Eigentlich schon, oder? Wir brauchen eigentlich nur die Wither's. Das hat Romata gestern einfach so aus dem Handgelenk gezaubert immer wieder. Glaube ich auch, dass es machbar ist. Oh mein Gott, ist der schnell. Sechs, neun, zwölf, fünfzehn. Zombie-Chunks. Achtzehn. Ich wollte dir nur zeigen, wie schnell der ist. Ach, der muss jetzt mal gebrannt werden. Ja, moin. Wieso hast du jetzt alles hier rausgelöscht, Mann? Scheiss, Assi. Wir brauchen davon zwei. Können wir davon zwei bauen? Wovon? Von dem Crafting Grid? Mir doch egal. Toiletisch? Ja, können wir. Das bringt nichts. Mal gucken. Oh, lass den Wither im Nether spawnen. Ja, der ist ja noch schwerer. Grüße gehen raus. Na gut, war falsch. Ich hab mir selber unendlich viele Enderperlen gemacht. Wo kriegen wir den Prudentium her? Prudentium Essence. Wo ist das her, Leute? Ich bin doch gerade dabei, du Assi. Boah, nervst du mich mit deiner Anwesenheit, ey? Prudentium, Leute. Wie krieg ich Prudentium Seats? Ich würde dir ja helfen, ne? Ja, lass gut sein. Max, geh mal in die Mob-Farm. Hol dir mal bitte ganz kurz alles an Zombie-Fleisch raus, was du finden kannst. Zombie-Fleisch? Ja, Fleisch. Oh, da ist viel drin. Rotten-Fleisch meinst du, ne? Ja. Okay, Leute, das kriegen wir alles hin. Also das hier ist ja auch machbar. Tier 5 Mob-Chunks kriegen wir auch hin. Wir brauchen jetzt weitere Tier 5 Crafting Seats. So, dann machen wir erst mal. Zack. Tier 2, dann brauchen wir. Boah, Leute. Kannst du das ins ME-System tun, Mann, du Autist, Alter? Dicker, bist du dumm, Junge? Junge, Junge. Ich muss auch ein bisschen am Dings arbeiten. Hör mal auf, jetzt hab was zu machen, Mann! Digga, ich mach mir da deinen Scheiße fertig. Junge, Junge, Junge. Wir brauchen beide einen Power-Grid, Junge. Wir brauchen beide so einen Grid. Ich kann ja nicht dran arbeiten. Da gehen die ganze Zeit Infusion-Crystals und so rein, verstehst du? Ich brauch uns erst mal diese Intermedium-Essenz. Die krieg ich, indem ich... Hör auf, Mann! Ich bring dich jetzt... Junge. Alter, Junge, chill, chill. Okay, stopp. Digga, ich mach hier deine Scheiße an und du kotzt mich so an. Warum? Wir müssen das im Team machen. Du hörst jetzt einfach mal auf und lass mich in Ruhe arbeiten. Junge, das ist ein zu großer Auftrag. Hör auf, ich mach das doch gleich. Hör auf, jetzt! Geh weg! Ich hab gleich den Seat schon fast fertig. Lass mich doch den Seat machen, dann kümmere ich mich um die Nässe, okay? Piss dich jetzt! Du bist jetzt noch zum Ausrasten! Du machst mich so aggressiv! So, Leute, wir haben jetzt genügend von den Supremiums. Das haben wir jetzt auch. Jetzt brauchen wir Wizard-Skeleton, haben wir, ja? Jetzt machen wir noch den höchsten, den höchsten Seat, da machen wir auch noch. Komm, hier. Versuch's mal, das sind dann sozusagen die Zweifel. Hör auf! Hör auf! Hör! Einfach auf! Ich gucke, du bist kompletter Psycho-Programm. Mann, Max, bitte! Lass doch mal jetzt mal gut sein, wirklich! Junge. Hör auf! Ich mach's doch! Hör auf, Mann! Dein SME-System ist buggy, so. Es ist einfach... Oh, Mann, oh! Es ist buggy, du siehst es doch. Ich muss dich gerade eben anschreiten, du hast mich echt aggressiv gemacht, ne? Kein Problem, ich kann das verstehen. Ich geb dir nur mein Bestes. Aber das reicht nicht, das reicht bei weitem nicht. Was du hier machst, ist einfach nur Müll. Tut mir leid. So, jetzt haben wir hier ein Tier 5 Crafting Seat, Leute. Den haben wir jetzt schon mal. So, die Wizard-Skeleton-Chanks fehlen uns noch. Okay, gut. Jetzt müssen wir die Mob-Chanks hochmachen. Wir sollten ab jetzt jeden Schritt, den du mir sagst, mit Bedacht... MAAAAAAAAAAATS! Junge! Ey, ich mach gar nichts mehr, Digga. Ich mach nichts mehr für dich, du Bastard. Wir müssen progressen, what the fuck, man? Wir hatten nen Plan für die Folge. Lass meinen Hund in Ruhe, Max, ich hab jetzt nen Hund. Wie hast du den Hund gecraftet? Sag ich dir gar nichts. So, komm, wir gehen jetzt in den Wizard legen. Müssen wir den Hund noch 10? Ist schon gezähmt, lass den. Revi, stopp! Ich bin Level 12, ich war in meiner XP Farm. Ist gelogen, du hast keinen XP Farm hier. Nein, alles gut Revi, dein Atomkraftwerk ist richtig gut. Los gehts. Skeletenköpfe her. Oh, oh, ich hab ein ganz großes Problem. Ich bin dead, ich bin dead. Oh, die greifen mich auch an! Bau dich hoch, nein, die nicht nach oben, nein, die nicht nach oben. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, Mann! What the fuck, hast du mich hier hingebracht? Ich will hier zu Hause, wo das... Nein! Nein! Pass auf, Junge, jetzt sind die zweite Zombies. Loll, ich bin im Nether-Portal gesto... Alter! Jetzt greifen die alle mich an! Die sind alle durch den Nether... Nein! Nein! Die sind alle durch das Nether-Portal gekommen. Die hassen mich, die hassen mich, die hassen mich. Wir müssen die alle runterschlagen. Oh, Max, rein rein! Okay, ich geh wieder in den Nether und hol meine Sachen zurück. Krass, Alter, ich hab sie alle getötet. Mann, Max! Ob du geistlich behindert bist, Trimax! Warum? Warum bist du so eine Missgeburt, Mann? Ey, Digga, ey, Digga, ich raste hier... Ey, du bist so ein Bot, Alter! Warum schlägst du die nochmal? Alter, nenn mir einen Grund, warum du sie nochmal geschlagen hast. What the fuck? Weil die uns töten wollen, natürlich schlag ich die dann! Die sind aber dann arg auf mich wieder, du Idiot! Und... Max! Das tut mir leid, das tut mir leid. Das war... Du bist nur... Ey, Digga, ich band dich jetzt am Zoll, weil mir reicht's jetzt, Alter! Das geht leider auf meinen Kaffee. Ich hab dich wohl wieder übergeschubst. Ich hab dich geschubst, es tut mir leid. Das war's vom Trepp. Das war's vom Trepp. Das ist nicht wirklich, erinnert. Das war's vom Trepp. Das war's vom Trepp. Ich hab dich ja auch wegen dir erinnert. Ich hab dich wohl geglichen. Erinnert. Im Treppenkar Rabbi.